Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale. Heute gibt es mal ein Video, was ein Zuschauerwunsch war und zwar eine Prognose zur UEFA Champions League. Das ist zwar ein kleiner Vorgriff, das muss man ganz klar so sagen, weil momentan ja sowieso überhaupt kein Fußball gespielt wird und man auch noch nicht ganz genau weiß, ob die Champions League überhaupt weitergeht und wenn, wann sie weitergeht. Aber ich mache natürlich trotzdem gerne eine Prognose, wie die Champions League dieses Jahr ausgehen könnte, falls sie weitergeht. Und wenn sie weitergeht, wird natürlich auch nochmal eine Prognose dazu kommen, wie sie ausgeht, wenn es denn soweit ist, dass es einen festen Termin gibt. Aber fangen wir erstmal an mit der ersten Mannschaft. Ich habe das so gemacht, dass wir immer die ganzen Mannschaften einmal hier durchgehen, die momentan noch in der Champions League drin sind und immer bewerten, wie die Kaderqualität ist, die Erfahrung, Trainer und Taktik, Charakter der Mannschaft und ich vergebe noch 5 extra Punkte. Dann kommen wir am Ende auf eine Summe und dann gucken wir am Ende, welche Mannschaft die meisten Punkte hat und daran erkennen wir dann, wer meiner Meinung nach die Favoriten in der diesjährigen Champions League sind. Mannschaft 1, wie man hier schon sieht, ist Paris Saint-Germain. Der Kader hat meiner Meinung nach eine Qualität von 7 von 10 Punkten. Ich finde, sie sind offensichtlich natürlich mit Neymar und Mbappé unfassbar gut aufgestellt. Aber in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld, meiner Meinung nach, ist das noch nicht wirkliche Klasse. Also wenn man sich diese Spieler anguckt, die würden bei anderen europäischen Top-Vereinen mit Ausnahmen nicht unbedingt Stammspieler sein. Deswegen gebe ich da nur 7 von 10. Und dann kommen wir zur Erfahrung. Die Mannschaft ist einfach erfahren, das muss man sagen. Mit Thiago Silva, mit Keylor Navas im Tor, Neymar ist schon erfahren, Cavani ist erfahren, auch Icardi ist erfahren. Also du hast einfach eine gute Erfahrung in der Mannschaft, das muss man ganz klar so sagen. Der Trainer und die Taktik. Ich halte Tore für einen sehr, sehr guten Trainer. Muss ich meiner Meinung nach einfach ganz klar so sagen. Er hat seine Macken in der menschlichen Sache, das würde ich schon ganz klar so sagen. Aber rein taktisch gesehen kann er eine Mannschaft sehr, sehr gut einstellen. Deswegen würde ich da mal 8 Punkte geben. Charakter der Mannschaft würde ich per se nur 5 Punkte geben, weil sie einfach sehr viele Spieler drin haben, wo man wirklich charakterlich ein bisschen hinterfragen muss, was da los ist. Ich würde da natürlich ganz vorneweg Neymar nennen. Auch Mbappé meiner Meinung nach seit neuesten. Früher hat man immer gedacht, der hat sowas nicht, aber seit neuesten auch eher charakterlich fragwürdig. Auch andere Spieler noch im Kader sind da auf jeden Fall zu nennen, wo man ein bisschen hinterfragen muss, ob die da so richtig einen guten Charakter haben. Und dann wirklich auch als Team zusammenstehen und kämpfen. Das sehe ich nicht so wirklich, deswegen gebe ich da nur 5 Punkte. Und dann kommen wir mal zu meinen 2 Extrapunkten, die ich Ihnen gebe. Da haben wir einmal den Punkt Neymar und Mbappé. 2 Punkte. Ganz einfache Sache. Und insgesamt kommen wir da auf 30 von 45 möglichen Punkten. Die zweite Mannschaft ist Atletico Madrid. Da haben wir einmal bei der Kaderqualität eine 6 von 10. Sie sind nicht wirklich krass vom Kader her, weil sie sehr viele Spiele abgegeben haben im letzten Sommer und jetzt halt so ein bisschen wieder im Aufbau sind. Deswegen nur eine 6 von 10. Bei der Erfahrung gebe ich eben eine 7 von 10. Sie haben sehr viele sehr erfahrene Spieler, aber sie haben auch ein paar wie Felix und so weiter. Die sind halt nicht ganz so erfahren und deswegen würde ich da eine solide 7 von 10 geben. Kommen wir jetzt zu Trainer und Taktik. 9 von 10. Diego Simeone, ein kranker Trainer, was Motivation angeht. Wirklich ein Typ an der Seite hier, der wirklich seine Mannschaft immer top vorbereitet und der auch wirklich eine gute Taktik fährt, die vielleicht nicht den schönsten Fußball hat, aber einen sehr erfolgreichen Fußball zeigt. Dementsprechend gebe ich da mal 9 von 10. Charakter auch 9 von 10. Einfach Simeone, der macht eine Mannschaft aus wirklich den Spielern. Zeigt auch dann wirklich jedem Einzelnen auf, wo sein Platz ist und da gibt es halt wirklich kaum Spirenz in der Mannschaft. Deswegen 9 von 10. Extra Punkte gebe ich 4 von 5. Einmal Faktor Simeone. Ich denke, der kann einfach die Mannschaft nochmal so motivieren, dass sie auf eine ganz andere Ebene kommen. Taktik ist für mich der zweite Punkt. Und weil sie einfach eine Taktik fahren, die europäisch sehr, sehr erfolgreich sein kann gegen gute Mannschaften, auch wenn sie von der Kaderqualität vielleicht ein bisschen schlechter sind als manche Mannschaften, bringt die Taktik eben sehr, sehr viel. Dann, ein weiterer Extrapunkt, den ich verteile, ist, dass sie der Liverpool-Besieger sind. Sie haben also den amtierenden Champions League-Sieger rausgeschmissen. Ich denke, das ist auch ein Extrapunkt wert. Und der letzte Extrapunkt ist für mich Jan Oblak, der meiner Meinung nach einfach einer der krankesten Torhüter der Welt ist. Und wenn man den hinten drin hat, kann man einfach ein paar Chancen zulassen, aber der hält die dann halt noch für ein. Deswegen kommen wir zu einem Endscore von 35 Punkten für Atletico Madrid. Also schon etwas besser als PSG. Kommen wir jetzt zur nächsten Mannschaft. Die nächste Mannschaft ist Atalanta Bergamo. Die haben eine Kaderqualität meiner Meinung nach von 5 von 10, sind halt alles in allem nicht die allerbeste Mannschaft. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Erfahrung haben sie auch nicht wirklich. Deswegen nur eine 4 von 10. Trainer und Taktik 6 von 10. Ich denke, da ist schon ganz gut was dahinter, aber halt im Vergleich zu den europäischen Top-Trainern und den europäischen Top-Taktiken fehlt noch ein bisschen was. Charakter der Mannschaft würde ich eine 8 von 10 geben. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Truppe und die haben auch einen guten Charakter da drin. Dementsprechend 8 von 10. Extra-Punkte gebe ich 3 von 10. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass jeder Atalanta unterschätzt und sie einfach eine Wundertüte sind. Ich glaube, sie können sehr, sehr viele Mannschaften wirklich ärgern mit ihrer Spielweise und werden halt von vielen auch noch unterschätzt. Dementsprechend könnten sie da viel reißen. Allein dafür gebe ich ihnen 3 Extra-Punkte in diesem Ranking und das macht dann eine Summe von insgesamt 27 von möglichen 45 Punkten für Atalanta Bergamo. Jetzt kommen wir zur letzten Mannschaft, die schon sicher in der nächsten Runde ist. RB Leipzig. Die haben eine Kaderqualität meiner Meinung nach von 6 von 10. Die ist sehr, sehr gut, aber nicht die europäische Spitzenklasse. Ich denke, das muss man ganz klar so sagen. Aber sie haben sehr viele Spieler, die sich in die europäische Spitzenklasse entwickeln können, aber es halt noch nicht ganz haben. Erfahrungstechnisch haben sie ein paar erfahrene Spieler, sind allerdings in der Champions League nicht so richtig erfahren, die Spieler und halt auch sehr, sehr viele junge Spieler, die einfach noch Erfahrungen machen müssen. Deswegen nur eine 5 von 10. Trainer und Taktik gebe ich ihnen mal eine 8 von 10. Julian Nagelsmann ist ein super Trainer und auch die Taktik ist gerade eine, wo ich denke, die europäisch selten gespielt wird und wo wirklich Vereine aus den anderen Ländern gucken müssen, wie sie mit so einer Art Spielweise umgehen. Und ich denke, dass da viele Mannschaften Probleme kriegen können. Deswegen eine 8 von 10, aber weil Julian Nagelsmann eben noch ein sehr junger und unerfahrener Trainer ist, nur eine 8 und keine 9. Kommen wir dann zum Charakter der Mannschaft. Ja, da muss man jemanden hinterfragen, es ist halt RB Leipzig. Deswegen vielleicht ein bisschen Abzug, aber ich denke, alles in allem sind das saubere Jungs, die auch wenig Tamtam drumherum machen und abseits des Fußballplatzes. Und ich denke auch, dass sie das, was Julian Nagelsmann ihnen sagt, auch so umsetzen. Dementsprechend 7 von 10. Kommen wir jetzt noch zu den Extrapunkten. Mein erster Extrapunkt geht dafür einfach nochmal drauf, dass Julian Nagelsmann Trainer ist, der ein super, super Trainer ist. Der zweite Punkt ist der Spielstil, was ihr auch schon angesprochen habt, dass ich denke, europäisch gesehen, ist der Spielstil von RB Leipzig sehr, sehr erfolgreich und kann wirklich Mannschaften, auch große Mannschaften, sehr stark ärgern. Und der dritte Punkt, den ich vergebe, ist, dass sie sehr unterschätzt sind, weil RB Leipzig keine Mannschaft ist, die die großen europäischen Topklubs auf dem Zettel haben, dass sie so einen guten Fußball spielen und denke, RB Leipzig kann richtig guten Fußball spielen. Da kommen wir zu einer Summe von 29 Punkten für RB Leipzig. Kommen wir jetzt zu den restlichen Mannschaften, die noch nicht sicher weiter sind. Da sind jetzt so Mannschaften wie Bayern und Chelsea dabei, wo man eigentlich relativ sicher schon sagen kann, dass Bayern weiter ist und Chelsea eigentlich raus ist. Aber sie sind halt noch drin, deswegen müssen wir auch Chelsea als nächstes noch mit reinnehmen. und deswegen sind es jetzt ein paar mehr Mannschaften, die eben noch nicht sicher weiter sind. Fangen wir jetzt mal an mit Bayern München. Die Kaderqualität ist für mich eine 7 von 10, also etwas besser als RB Leipzig und ich denke auch ungefähr auf einem Level von PSG, aber vielleicht noch nicht diese ganz europäische Spitzenklasse, da fehlt einfach noch ein bisschen was. An Breite im Kader vor allem, aber auch an den wirklichen Spitzenspielern, die Top-Leistungen zeigen. Deswegen für mich nur eine 7 von 10. Kommen wir jetzt zur Erfahrung. Ich denke, da sind sehr, sehr viele, sehr erfahrene Spieler drin. Außer Alphonso Davies ist da, glaube ich, keiner dabei, wo man sagen kann, der hat kaum Erfahrung. Dementsprechend für mich eine klare 9 von 10 für den FC Bayern. Trainer und Taktik ist für mich eine 8 von 10. Ich denke, Hansi Flick hat ein super System entwickelt und ich denke auch, Hansi Flick ist ein guter Trainer, der Bayern auf jeden Fall in den nächsten Jahren weiter nach vorne bringen wird und vielleicht auch die Champions League deutlich näher bringen wird. Aber er ist halt noch etwas unerfahren als wirklicher Trainer, ist noch nicht auf einem Level von einem Pep Guardiola, Jürgen Klopp oder Sonstigen. Dementsprechend nur eine 8 von 10, aber immerhin eine 8 von 10. Kommen wir jetzt zum Charakter der Mannschaft. Ich denke, das ist eine 9 von 10. Die Jungs sind eine Einheit, eine Mannschaft und die wissen auf jeden Fall, worum es geht und die spielen dann auch als eine Mannschaft. Dementsprechend 9 von 10. Kommen wir jetzt noch zu den Extrapunkten. Da ist noch mein erster Punkt direkt, dass sie eben eine Mannschaft sind, dass sich da jeder mit jedem ganz gut versteht, dass sie als Mannschaft agieren, was Hansi Flick wirklich sehr gut hinbekommen hat, wieder diesen Charakter an die Mannschaft zu bringen, den Jupp Heynckes früher immer drin hatte. Dazu ein nächster Punkt ist für mich, dass sie sehr, sehr lange alle zusammenspielen. Also die meisten Leute kennen sich schon relativ lange, wissen genau, wie die Abläufe sind, was ihnen auch sehr, sehr helfen kann. Der nächste Punkt für mich ist Hansi Flick, der einfach für mich ein Trainer ist, mit dem der FC Bayern die Champions League gewinnen kann. Und dementsprechend sehe ich das auch als einen Extrapunkt, den man vergeben kann. Und der nächste Extrapunkt ist einfach die Erfahrung. Du hast sehr, sehr viele Spieler, die wirklich erfahren sind. Lewandowski, Müller, Neuer, Boateng kann man da auch nennen, Alaba ist erfahren. Also du hast wirklich viele Spieler, die wirklich erfahren sind. Und ich denke, das ist auch ein sehr guter Punkt für den FC Bayern. Deswegen kommen wir beim FC Bayern endgültig jetzt auf 37 Punkte von 45, damit bisher die beste Mannschaft. Kommen wir jetzt zur nächsten Mannschaft, der FC Chelsea. Das können wir relativ schnell machen. Ich denke, die sind so gut hier raus. Kaderqualität ist für mich nur eine 5 von 10. Die sind einfach sehr, sehr jung noch und noch nicht so ausgereift, die Talente. Erfahrung 6 von 10, sehen halt wieder auch da sehr viele junge Spieler, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Die sind deswegen nur eine 6 von 10. Trainer Taktik. Ich denke, Frank Lampard ist ein ganz guter Trainer, der das auch ganz gut macht, alles in allem bei Chelsea. Aber fehlt halt auch noch ein bisschen Erfahrung und ein bisschen der letzte Schliff. Dementsprechend nur eine 7 von 10. Charakter der Mannschaft, denke ich, auch eine 7 von 10. Ich denke, die ist nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht überragend gut. Deswegen nur eine 7. Extra Punkt. Gebe ich mal einen für das Potenzial der Mannschaft. Ich denke, in den Jahren wird die Mannschaft auf jeden Fall noch deutlich besser werden mit dem Potenzial, die sie in der Mannschaft haben. Aber alles in allem für mich nur ein extra Punkt. Das macht jetzt insgesamt für Chelsea 26 Punkte gerade mal. Aber naja, ich denke auch, die sind so gut wie raus wegen Bayern. Das würde mich sehr wundern, wenn Chelsea, wenn die Champions League weitergehen sollte, das noch aufholt. Die nächste Mannschaft ist der SSC Neapel. Von der Kaderqualität gebe ich da 6 von 10 Punkten. Ich denke, die sind ganz gut aufgestellt. Generell auch eine gute Durchmischung von Jung und Alt, aber alles in allem jetzt nicht die überragende Mannschaft. Und da gibt es auf jeden Fall deutlich bessere Mannschaften in der Champions League. Auch von der Erfahrung, sie haben jetzt keine krassen Spieler, wo man sagt, die haben die Champions League Erfahrung, die sind super erfahren. Aber alles in allem trotzdem kein super junger Kader. Deswegen eine 6 von 10. Trainer und Taktik. Ich bin von dem Trainer nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Auch die Taktik, naja, ich weiß ja nicht. Alles in allem, muss man es auch abwarten. Er ist ja noch relativ neu. Dementsprechend einfach mal abwarten. Aber ich gebe jetzt erst mal 5 Punkte. Charakter der Mannschaft gebt mir 7 von 10. Da kann ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich gar nicht so genau, wie der Charakter ist. Oder der Charakter ist von den Spielern beim SSC Neapel, aber ich habe da jetzt wenig Rundstories gehört. Also außer das Ganze mit Ancelotti da, aber das ging ja eher um den Vorstand als um die Spieler. Deswegen, naja, abwarten. Und extra Punkte habe ich 2. Einmal, dass es halt eine ganz gute Mischung aus jungen und alten Spielern ist und dass es einfach eine italienische Mannschaft ist. Und italienische Mannschaften, die können ganz schön ekelhaft sein zum Bespielen. Dementsprechend ist das auch für mich ein extra Punkt wert. Und da kommen wir insgesamt beim SSC Neapel auf eine Punktzahl von 26 von 45. Genauso wie der FC Chelsea. Jetzt kommen wir zum absoluten Big Player in Europa, dem FC Barcelona. Da haben wir natürlich eine Kaderqualität von 9 von 10. Ich denke, das ist einer der besten Kader, die wir momentan haben im Weltfußball. Ohne Frage, gerade natürlich mit Messi-Testing und so weiter. Das ist einfach ein krankhuter Kader. Erfahrung auch da 9 von 10. Sehr, sehr erfahrene Spieler schon dabei. Und ich denke, das erklärt sich relativ schnell, dass es 9 von 10 sind. Trainer und Taktik. Neuer Trainer. Taktik scheint noch gar nicht zu greifen. Muss man jetzt mal abwarten, wie es nach Corona natürlich aussieht. Kann natürlich sein, dass er jetzt gut mit der Mannschaft gearbeitet hat, die Taktik ein bisschen neu reinimplementiert hat in die Mannschaft und die jetzt einfach mal den Spielstil verstehen und anwenden können. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist eine 6 von 10, vielleicht auch eher eine 5 von 10. Das hat noch nicht so ganz funktioniert. Aber muss man abwarten. Charaktertechnisch gebe ich nur eine 6 von 10, weil man muss einfach hinterfragen, wenn man das gegen Liverpool letztes Jahr sieht, was sie da hergegeben haben, was sie da vor ein paar Mal Jahre hergegeben haben, also irgendwas stimmt in dieser Mannschaft vom Charakter her nicht. Ich denke auch Spieler wie Ousmane Dembélé, generell die Unstimmigkeit mit Vorstand und Spielern momentan. Also irgendwas stimmt da bei Barcelona nicht. Dementsprechend würde ich dem Charakter der Spieler da nur eine 6 von 10 geben. Das heißt jetzt nicht, dass alle da einen schlechten Charakter haben, aber ich glaube, das einfach keine so ganz homogene Mannschaft ist. Dementsprechend nur 6 von 10. Jetzt haben wir noch drei extra Punkte zu vergeben. Eins ist natürlich ganz klar Messi. Lionel Messi ist einfach ein extra Punkt alleine wert, ohne Frage, so gut wie der ist. Punkt 2 für mich Ter Stegen, genau wie Oblak bei Atletico. Einfach einer der besten Keeper der Welt und das ist für mich ein extra Punkt wert, weil so einen guten Mann hinten drin zu haben, ist einfach eine Sache, wo ich sage, da muss man einen extra Punkt geben. und Punkt 3 ist einfach, dass jeder vom FC Barcelona Respekt hat. Egal, wie Barca die letzten Spiele gespielt hat, jeder, der ins Camp Nou kommt, hat Respekt vom FC Barcelona und deswegen noch einen dritten extra Punkt. Macht für den FC Barcelona hier 33 Punkte, aber ich glaube, dieses Jahr, wie gesagt, sieht man ja auch schon in der Punktzahl nicht so unbedingt, dass Barca das packt. Kommen wir jetzt zum nächsten Verein. Das ist Real Madrid. die Rivalen von Barcelona, Kaderqualität auch hier eine 9 von 10, Erfahrung auch eine 9 von 10, also auch ganz erfahrene Mannschaft und richtig gute Mannschaft, auch ohne Frage. Trainer und Taktik in dem Fall, aber ein bisschen höher als bei Barcelona, 8 von 10, weil einfach das System von Zinedine Zidane schon ein bisschen mehr eingespielt ist, die Spieler wissen, was sie machen müssen, das System läuft, sie haben das Derby dieses Jahr gewonnen, das El Clasico, dementsprechend 8 von 10 hier, Charakter 8 von 10, ich denke, Real hat wirklich muss man sagen, charakterlich gesehen weniger Probleme in der Mannschaft meiner Meinung nach, dementsprechend, es ist einfach ein bisschen ruhigerer Verein aktuell als Barcelona, deswegen eine 8 von 10 und extra Punkte 3, 1 ist Zinedine Zidane, weil er halt einfach ein super Trainer ist, der auch wirklich eine Art von Spielstil hat, die sehr, sehr erfolgreich ist, dementsprechend ein extra Punkt, zweiter extra Punkt ist für mich die Erfahrung hier bei Real Madrid, weil sie haben einfach Spieler wie Toni Kroos, Luca Motulic, Sergio Ramos, die sind super erfahren, Kavajal, Marcelo ist noch da, es ist einfach eine Mannschaft, die super erfahren ist, die weiß, wie man Spiele gewinnt, dementsprechend da ein extra Punkt und auch hier haben wir den Punkt, jeder, der ins Bender Bio kommt, hat Angst, jeder, der gegen Real Madrid zu Hause spielt, hat Angst, weil es einfach Real Madrid ist und man weiß, was die können, dementsprechend, das ist der dritte extra Punkt, kommen wir insgesamt bei Real Madrid auf eine Punktzahl von 37. Jetzt kommen wir zu Manchester City und Pep Guardiola, die Kaderqualität ist meiner Meinung nach nur ein 8 von 10, ich sehe sie nicht ganz auf dem Level von Barcelona oder Real Madrid, sie haben einen sehr, sehr guten Kader, ohne Frage, aber auf ein paar Positionen, gerade in der Innenverteidigung, vielleicht auch im zentral-defensiven, nein, da haben sie jetzt am Mittler-Rodrig, aber zentralen Mittelfeld könnte man noch meiner Meinung nach etwas verstärken, aber alles in einem super Kader, ohne Frage, vielleicht nicht ganz auf dem Level von Real Madrid oder Barcelona, wie gesagt, aber ein sehr, sehr guter Kader. Erfahrung bei mir, 7 von 10, sie haben in der Champions League gar nicht so krass viele Erfahrungen, auch generell ein paar wenig alte Spieler, wo man sagen kann, die haben richtig Champions League-Erfahrung, wenig ist aber eine 7 von 10, ist es auf jeden Fall immer noch, Trainer und Taktik, Pep Guardiola, ich glaube, da muss man nicht mehr viel sagen, ist eine 9 von 10 für mich, 10 von 10 vergebe ich nicht, aber 9 von 10 ist es bei Pep Guardiola auf jeden Fall, Charakter der Mannschaft ist für mich eine 8 von 10, wenig, Tamtam drumherum, Pep Guardiola hält das Ganze ganz gut im Schach und dem Spreng nach von 10, extra Punkte gibt es 3 Stück zu vergeben, Punkt 1, Pep Guardiola, er ist ein super Trainer, ohne Frage, deswegen da ein Punkt, die nächste, nächster Punkt ist Mischung zwischen alt und jung, sie haben sehr viele mitteljunge Spieler, paar junge Spieler und auch ein paar ältere Spieler wie Aguero, wie Silva und ich denke, das bedingt sich ganz gut und es könnte sein, dass eben die letzte Chance dieses Jahr ist für Manchester City oder viele Spieler bei Manchester City die Champions League zu gewinnen, deswegen gebe ich da noch einen extra Punkt, weil es vielleicht eine zusätzliche Motivation für Manchester City ist, wenn sie nächstes Jahr nicht in der Champions League spielen könnten, was sein kann oder beziehungsweise noch so ist, da gebe ich da noch mal einen extra Punkt für und da würde ich sagen, Manchester City hat eine Punktzahl von 35 von 45 möglichen Punkten. Kommen wir jetzt zu Lyon. Ja, Kaderqualität ist für mich eine 5 von 10, da ist jetzt nicht viel Besonderes, die Pai ist halt herausragend, aber das war es dann auch, was richtig, richtig gute Spiele angeht. Erfahrung 4 von 10, keine Frage, die haben nicht so viel Champions League Erfahrung, Trainer und Taktik 5, naja, sie spielen halt normalen Fußball, aber auch nicht super erfolgreich in der Ligue 1 gewesen, Charakter 7 von 10, ja, die Mannschaft ist ganz okay, mit den Fans hatten sehr ein paar Auseinandersetzungen, aber alles in einem 7 von 10, extra Punkte, ist mir nicht viel eingefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Lyon, ich wüsste nicht, was ich denen groß geben soll, ich gebe ihnen jetzt mal einen Punkt, einfach dafür, dass sie auch da ein bisschen der Underdogs sind natürlich in allen Spielen und dafür kriegen sie einen Punkt von mir, macht insgesamt 22 Punkte für Olympique Lyon, damit sind sie meiner Meinung nach die Mannschaft, die die kleinste Wahrscheinlichkeit hat, die Champions League zu gewinnen, aber naja, das ist halt dann so. Kommen wir jetzt zur letzten Mannschaft, Juventus Turin, Kaderqualität 8 von 10, da würden wahrscheinlich viele ein bisschen höher gehen, ich sehe aber die Offensive mit Dybala, Ronaldo natürlich Weltklasse, Torwartposition finde ich, geht besser, also Oplak, Testegen, Neuer, denke ich, sind nochmal besser als ein Chesney, aber ist okay, Mittelfeld, haben sie sehr, sehr viele Spieler, aber meiner Meinung nach nicht die krasse Qualität, also da sehe ich jetzt keinen, der, wo ich sagen würde, wow, der ist Weltklasse, der Mittelfeldspieler, dementsprechend nur eine 8 von 10 für mich, aber ein sehr, sehr guter Kader, Erfahrung, 9 von 10, ohne Frage, könnte man auch über eine 10 von 10, ohne Frage nachdenken, habe ich jetzt für eine 9 von 10 entschieden, Ronaldo, super erfahren, Chiellini, das ist, Bonucci, das ist hinten, also die sind alle erfahren, also die Mannschaft ist ziemlich erfahren, deswegen 9 von 10, Trainer und Taktik, 8 von 10, ich halte Sari für einen sehr, sehr fähigen Trainer und die Taktik gefällt mir eigentlich auch ganz gut, offensiver Fußball und ich denke, das passt auch ganz gut mit den Spielern, die sie haben, Charakter der Mannschaft ist eine 9 von 10 für mich, sehr, sehr gute, gerade Ronaldo ist natürlich ein Arbeitstier, wenig Murrung, wir haben verdiente Spieler, die wissen, wie der Verein tickt, also alles in allem, ist das für mich eine gute Mannschaft, auch vom Charakter her und extra Punkte haben wir hier 4, Punkt 1, wie bei Barca mit Messi, Juve CR7, ein Punkt ohne Frage, Punkt 2, die Erfahrung, sie wissen einfach, wie man K.O.-Spiele spielt, sie wissen, wie man gewinnt, sie wissen auch, wie man enge Spiele gewinnt, der nächste Punkt ist für mich die Breite des Kaders, sie haben einen sehr, sehr breiten Kader, einen sehr, sehr guten Kader, macht für mich da nochmal einen extra Punkt und der letzte extra Punkt geht an Sari als Trainer, weil er einfach einen sehr offensiven Fußball spielt und einfach den Gegner ständig unter Druck setzt, dementsprechend, der nächste extra Punkt macht 4 von 5 extra Punkten und insgesamt hat Juventus Turin dann eine Punktzahl von 38 von 45 möglichen Punkten, hier sehen wir jetzt das Endergebnis, wir haben Juventus Turin mit 38 Punkten von 45, für mich die Favoriten dieses Jahr in der Champions League auf den Titel, man weiß natürlich nicht, ob sie kommt, aber Juve wäre für mich der Favorit, auf Platz 2 kommen zwei Mannschaften, Real Madrid und der FC Bayern München mit 37 möglichen Punkten, ich sehe einfach Real Madrid vom Kader her, vielleicht noch ein Stück über den Bayern, aber Bayern mit ihrer Arbeitsmentalität vielleicht ein Stück über Real Madrid, dementsprechend gleicht sich das meiner Meinung nach ein bisschen aus, dann auf Platz, das wären dann 4 und 5, haben wir Manchester City und Atletico Madrid, ja, ich denke, das passt, Atletico Madrid sehe ich als einen Kandidaten, der dieses Jahr, ja, einfach was reißen könnte, ich sehe da, ich sehe da eine Möglichkeit, dass sie die Champions League gewinnen, deswegen sind sie bei mir relativ weit oben, Manchester City, ich weiß nicht, Pep Guardiola, ich traue ihm irgendwie die Champions League nicht so richtig zu, deswegen wahrscheinlich etwas weiter runtergefallen, dann haben wir den FC Barcelona mit 33 Punkten, da sehe ich einfach nicht, wie sie mit ihrem neuen Trainer und den ganzen Unruhen um den Verein dieses Jahr die Champions League gewinnen sollen, da sehe ich einfach nicht, da halte ich die Wahrscheinlichkeit für Juve, Real, Bayern, City und Atletico Madrid für deutlich höher, als die für Barcelona, dann haben wir Paris Saint-Germain, da würden jetzt wahrscheinlich viele die höher erwarten, aber ich fand das Spiel gegen Dortmund einfach nur grausam, wenn man das gesehen hat, Dortmund hätte die locker aus der Champions League rausschmeißen müssen, meiner Meinung nach, wenn sie im Rückspiel nicht einfach aufgehört hätten, Fußball zu spielen und mit dem ganzen Tamtam da drum und Paris ist kein Verein, der mir gefällt, dementsprechend nur 30 Punkte auch generell, also das spricht auch dafür, dass sie es nicht packen und deswegen, ja, für mich keine große Wahrscheinlichkeit, dass Paris die Champions League gewinnt. Der nächste Platz ist RB Leipzig, ich denke, die haben eine so, das ist so Best of the Rest, von den nicht so großen Mannschaften sind sie die Beste, ich denke, wenn man sie gegen Atlanta, Bergamo, Chelsea, Neapel oder Lyon antreten lassen würde, würden sie gewinnen und das sieht man auch mal mit Punkten, sie sind vorne, danach kommt Atlanta, Bergamo, ich halte die für eine sehr, sehr fähige Truppe, aber halt nicht super gut, ich denke, halte sie auch von der Qualität etwas schlechter als Ajax Amsterdam letztes Jahr, die so durchmarschiert sind, deswegen gebe ich denen keine großen Chancen, aber auf jeden Fall noch mal besser als Chelsea und Neapel meiner Meinung nach und vor allem auch als Lyon. Danach kommen eben Chelsea und Neapel, ich denke, die sind relativ auf einem Level, aber haben keine großen Chancen auf die Champions League und der letzte Platz geht an Olympique Lyon, da sehe ich nicht viele Möglichkeiten, dass die die Champions League dieses Jahr gewinnen. Also im Endeffekt kann man sagen, meine These ist, dass Juve gewinnt, wenn Juve nicht gewinnt, Real oder Bayern, ich halte es tatsächlich für möglich, dass Bayern diesmal die Champions League gewinnt und das, obwohl sie einen deutlich schlechteren Kader haben als die meisten Mannschaften, die da oben drin sind, aber wir werden es abwarten, ich denke aber, dass Juve der absolute Favorit dieses Jahr auf die Champions League ist und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne Like und Abo da, ihr könnt auch gerne, wenn ihr weitere Video-Vorschläge habt, wie diesen hier, der ja auch von einem Zuschauer eingebracht wurde, würde mir gerne eure Kommentare nochmal in die Kommentare schreiben, eure Kommentare in die Kommentare schreiben, genau, alles klar, ja, eure Vorschläge in die Kommentare schreiben und dann kann ich die natürlich auch mal in einem Video umsetzen, dann würde ich sagen, wir sind das nächste Mal hier in der Fußballzentrale. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020